Du bist schlau, denn du weißt, was Guten Morgen auf Französisch heißt. Wann Troja fiel und wer gewann, wie man aus Hundertelf die Wurzel ziehen kann. Ja, du kennst X und du kennst U, du hast die große Übersicht. Und es gibt nichts, was du nicht kennst, was du nicht kennst, das gibt es nicht. Du bist schlau und überm Bett hängt bei dir ein langes Bücherbrett. Da stehen Goethe, Kolle, Lötz und der Koran und Nietzsche, Brockhaus, Marx und Bibel nebenan. Ja, du kennst sie von A bis Z, du hast die große Übersicht. Du stopfst dich mit gedrucktem Volk und scheust sogar die Bibel nicht. Du bist schlau und weißt sogar, dass der Judas ein Verräter war. Du kennst das Gleichnis von dem Schach, das Vaterunser murmelst du im Schlaf. Ja, du kennst A und du kennst O, du hast die große Übersicht. Und es gibt nichts, was du nicht kennst, was du nicht kennst, das gibt es einfach nicht. Doch dann hörst du von Gottes Sohn und von Wundern, Auferstehung und Gebet. Da sagst du nein, das kann nicht sein, weil da die ganze schöne Logik baden geht. Doch es gibt vieles auf der Welt, wovon du sagst, es kann nicht sein. Für Gott ist dein Gehirn zu klein, er passt in Dreif und graue Masse nicht hinein. Es ist gleich, was du glaubst. Gott ist nicht nur da, wenn du es ihm erlaubst. Doch er fragt dich, ob du ihn liebst, ob du ihm mehr als nur ein kaltes Lächeln gibst. Er spricht zu dir durch seinen Sohn. In Jesus Christus wurde Gott konkret. Du kannst ihn finden, wenn du suchst. Du wirst ihn finden im Gebet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!